Hallo Leute und herzlich willkommen zu eine Runde Fortnite zusammen mit Stricky ihr kennt ihn bestimmt er hat auch einen Kanal, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen ja, hi cross the road ja genau ich hoffe man versteht alles und so wir hatten gerade ein bisschen Audio Probleme aber egal das passt bestimmt ähm ja was gibt es zu sagen wir spielen einfach zusammen bis zum Fortnite weil wir einfach keine Hobbys haben und ich... oh mein Gott, warte ich kann keine Waffe ja hier drängt alles oh scheiße man ich habe einen ich bin gleichzeitig gestorben wie er was 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 okay egal ja geh du blau oh ich geh gelb okay du sagst wenn bei dir ist ja das tut es leckt so ganz leicht die ganze Zeit das ist scheiße und alle scheiße hast du den Shotgun ne ich habe eine Pistole und eine Ozi die lass schreiten lass hier okay oh bei mir ist einer oh oh oder hast du ihn ne 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 aber nicht wahrscheinlich gleich oh ich habe ihn lol oh lol oh lol oh lol komm 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 hier das ist komisch komm lass jumpers okay und die buschen oder was auch nie in den Baum lass hier lass hier busch 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 komm in den Busch ne warte ich habe ein Problem die buschen mich ich habe euch ich habe euch die zweite scheiße okay ich komme ich komme ich komme ich komme das ist nicht normal was machst du für ein gameplay was aber lass auf auf den Masten landen dort hat es immer genug Kisten für alle denke ich mal und dann können wir wie sie pushen wenn die richtige weiter und aufpassen wegen den zeigen nicht dass du runterfass ok herz hier weiter unten noch mehr ja da ist noch ein ganzer loot spot eigentlich ach so mein gott ja ich habe egal ich ich komme hier irgendwie nicht hin ich komme ich komme zu dir ich gehe jetzt einfach crazy auf mich wird gesnaped ich habe den gag der 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 die 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 das ist das update wo wir das video aufnehmen es gab vor ein paar minuten weißt du was das update war ja kann sein aber die waren scheiße ich bin ich hab die selber nicht verwirrt vorhin habe ich noch gesagt hier sagt so oft hast du jetzt kann ich schön das medien ich habe auch noch vier können ich hab zwei jumpers ich auch ja moin das war nicht lasst dann in dieser und leider ist aber auch gut alter bau 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 ich komme gleich ja was ich komme gleich es gibt kein ich komme gleich ich werde das werde auch komplett rein und ich bin ich weiß ja das auto fahrt nicht mal nein was muss denn wo ist kriegtiger kommen kommen landen weg bin da kommen keine mit und wenn jemand kommt können wir den spektakten und wenn wir glück haben ja wirklich mal ist ich muss ins haus nehmen man ich nicht so weit dass du bist hier auch scheiße wieso dann nene aber ich habe keine waffe auch scheiße ich bekomme nur hier er wollte mich den verarschen ich glaube ich habe genug ja ich habe jetzt auch eine waffe und mal richtung bevor du dir blühe gibt ich habe so eine flasche schild springt das ist das ist neu es gibt wieder im sprung verletzt bei uns perc ok lass schön springer setzen ich weiß nicht wieso ich so wenig fps habe es macht gar keinen sinn ich habe schon manchmal vorne aufgenommen da war nie ein problem damit passiert gehen ja weil ich kann hier was macht nach vorne da das gut könnte gefährlich sein ich habe nicht kommen steigen in der audi jetzt fahren wir leute das wird lustig jetzt warte wie bis der rauskommt im haus da achso ah lol und jetzt hat er ein hunderteid und jetzt überfahren wir gleich ihn nochmal und jetzt habe ich noch mal sagt im kino und sie sagt in deutschland was ist denn ich treffe bei mir ist er müssen zwei da ist ein bisschen ich verstehe es nicht ich muss hier einfach neue treiber irgendwie installieren bitte der kommt nicht deine karte gleich wo bist du gestoppt doch wo meine spawnkarte ist bei diesem einen haus wo wir den einen typen überfahren haben oder durch erklärt kurz wie sie gibt es einfach fall der mensch das muss wissen ja es ist wegen dem update ich bin sicher ich werde immer nach ich weiß nicht wieso okay ich war auch dumm über den schuss ja ich sonst bin ich gut gerade von mir selbst überrascht dass ich so gut bin was okay er aber das wirklich das liegt am spiel also am update ich denke ja hier läuft das flüssiger so ja hier läuft das thema flüssiger der profi digger also jetzt will er hier ins building weil du gegen den pool der first shot war nicht schlecht nein ich war so low ich war so low die edit die edit die war wirklich das hätte ich nicht gedacht dass die so gut kommen ich glaube ich gerade edit doch oder bauen ist ja nicht so schwer oder wir bauen sind bauen ist nicht so schwer auch nicht die sie bauen ist die sie auf der ps ja ich habe auch mal ein bisschen auf controller nicht ausprobiert ja dass ich durch die wand geglitscht ich weiß immer oh nein oh nein ich bin runter als ob das war ja so peinlich oh zum glück bin ich gestoppt alter ich glaube nicht waren wir hör nie wut wie es im perfekten moment wenn ich treffen würde ich hab die perfekte einzuboxen ja hat nicht geklappt ach der aggressive boi nein oh mein gott ich bin fast runtergefallen kein bocken auf dich oh nein oh nein hallo oh gott ah scheiße ach come on oh scheiße so ich hab ernst gemacht jetzt muss ich auf tschau 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 wenn du da zugelegt hattest tut mir leid ja das war es mit diesem video ich hab keine ahnung was das soll und ich bin gestorben bis zum nächsten Mal Leute tschüssi tschüssi